Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zurück zu Let's Play Deadpool Folge 15 und ja, wir nähern uns dem Ende würde ich sagen Bäh, nicht da runter Hallo Ja, der jetzt Na, diese Momento-Anzeigen sind auf jeden Fall wichtig, das merkt man Okay, na toll Hm, komm ich da jetzt nochmal rüber Ja Der movt, movt, movt Oh ja, bist du denn? Ja, da haben wir es nochmal ordentlich besorgt So, und dann lass uns mal Die kleinen fetten Bunsen hier Oh Woah Ja, ist ja gut, jetzt könnte mal einer down gehen von dem bitte Gute Ah, jetzt habe ich eine Maschinenpuff, oh ho ho Es reicht ja überhaupt wieder. Was? Ein Clones? Ach, ihr Hura wieder hier, ihr Pisser. Ich liebe dich. Ihr solltet fliegen. Und schau auf den Schlag auf dem Schlag. Das ist... Schade, Teleport, Recharge. Ach. Ja, ist doch gut, ey. Wenn die oben pissten, die nicht mal schießen würden. Komm schon, Recharge. Das ist schwer. Ich kann nicht Teleporten. Versuch wieder. Geh weg! Sie haben sie verletzt. Aber du wirst es nie überleben. Lass uns sehen, wie sie hier sind. Okay, aber die sind wieder verhältnismäßig leicht gegen die Viecher davor. Oh, oh. Die nicht! 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 Ja! Das ist einfach da. Die nicht. Kann ich hier vielleicht mal nach oben kommen? Mit wem denn? Wieso kann ich eigentlich hier hochkommen? Wahrscheinlich ist das jetzt so geskriptet. Schau mich an, wenn ich mit dir spreche. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's. Und hier haben wir auch noch was. Wo ist der sich denn noch versteckt? Ah, jetzt kommen wir zu dir. So, wer will noch? Wer hat noch nicht? Oh, jetzt bin ich sauer mit euch, Jungs. Schön mal die Fresse verwixt. Es ist Deadpool! Get your blades out! Hier ist meine Backside! Boom! I hate waiting! Recharge faster! I'm not on that! I need a bigger battery for this thing. Button smashing per excellence! Ist das jetzt hier? Oh, ja! Okay! Come on, recharge! Feel the vibration! Feel the vibration! Feel the vibration! Und brechen! Nutze den Angriff mit LB plus X bei voller Ladung um 10 Sekunden umsiegbar zu sein. So. 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 Wollen wir hier noch was? Nicht so wirklich. Kostet alles so viel. Und wir gehen noch weiter. Gott, ich will da nicht rein! Was haben wir denn hier noch? Hallo? So, die schießen von der anderen Seite. Boom. Guckst du denn her, ja? Je, 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 je. Den hat Saracen. Dann kommen wir vielleicht zur anderen Tomseite. Ja, der hat uns gespürt. Haha. Ah, mein Killing Muscles are starting to get tired. How many more of these stupid clones are there? Just enjoy the senseless slaughter! Yes! You will die! Hey, cause severe burns to Retina. What's a Retina? Curse you, Deadpool! Impossible! Ha 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 ha! Ah! Ah Shop! Haha! Ha ha! Ha ha! Ha! Kannst du es wagen, auf mich zu schießen, hä? Hi, hi, hi. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles irgendwie überstanden, oder? Oh je. Wow, ich wünschte, ich hätte eine dritte Hand für meine andere Räume. Halt meine Räume! Jetzt wird es interessant, Leute. Es ist Party-Zeit! Technologie ist dein Freund. Well, nicht dein Freund. Oh, hier kommen wir. Oh, hier kommen wir. Oh, hier kommen wir. Da, sind wir? Ja, sind wir? Wir haben nur den Klingeln. Technologie ist unser Freund. Oh, der ist tot weg. Oh, der ist tot weg. das war Oh Gott, jetzt wird's echt, jetzt wird's echt krank hier. Oh Gott, jetzt wird's alles durch. Ich liebe Kuhl-Dauts. Ich kann's noch nicht teleportieren. war auf jeden Fall guter Faktor, dass ich hier nach oben gehören bin oh Gott das war ein gutter Faktor ich werde dich töten ich werde dich töten du hast du dich du hast du dich du hast du dich du hast du dich Zermatt schon, du blöder Sack. So, was passiert da, da ich jetzt das hier mache? Das passiert da. Das ist doch genau meine Waffe. Das war's hier. Das ist aber unfair. Ich glaube, ich werde gerade gefickt. Ich glaube, das kann man gar nicht schaffen, oder? Alter, was ist denn das für ein Trip? Äh, hallo? Alter, Falter. Der Trip, der Steppool! So, die erste ist schon mal dauernd. Wo muss ich jetzt hin? Ich hoffe, das soll so sein. Ähm, ja. Ich habe keine Ahnung, Leute. Hm. Ist man hier irgendwo hoch? Hm. Ähm, ja. Ja, das war ein merkwürdiger Trip. Und leider fängt er wieder von vorne an, glaube ich. Ja. 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 Ach, wir haben uns das Mannen gemacht. Neh, wir haben ja auch gewited? Muss werden noch mehr Fingern. Wig, was es gehen? Ich bin alles weg. Wig, die Fằng werden… ...wag, die Fl sang werden verdammelt... Kann nur versuchen immer wieder abzuhauen Boah, die alte Ah, was soll Okay, wenn ich sie schonmal Wenn ich sie schonmal los wäre, das wäre schonmal was Ja, ich schieße dir mal in den Kopf erstmal, Junge Okay, sie ist down Na komm, Fettsack Na komm Oh nein, jetzt ist sie immer noch da Immer rauf da auf den Ficker Oh je, oh je, oh je, oh ja Fuck So eine Rotze, ey Boah, du hast echt einen Triesel bei Alter, Falter Ja Alter War ich schonmal so schön weit hier Nein Blöde cool Alter Man, lasst mich doch mal zufrieden, ihr Pisser Na ja, du bist zu viel Frau für mich Nein Ach, geh weg Blöde Nutte Alter Es reicht aber echt Das ist nicht Na ja, du bist Geh daun! Geh doch einfach daun, Al! Jetzt kommt die blöde Nutto noch wieder an. Die kannst du leider nicht so leicht besiegen. Oh Gott, oh Gott! Man, lass mich doch mal! Alter, du kannst aber auch nix machen hier. Okay. Komm schon! Jetzt bin ich echt mächtig, sauer, aber mächtig! So. Wer ist jetzt noch ohne Fahrschein? Danke! Gut ausgestattet! Hm. Wer wirklich nicht wie viel ich jetzt von ihm kämpfen kann. Okay. 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 Oh Gott! Nein! Oh Gott, Leute! Oh Gott! 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 Wie viele denn noch von euch? Ah, eine finstere Sache. Hoha. Danke. Das tut weh. Ja, lass einfach einfach erstmal alle verrecken. Okay. Los geht's. Los geht's. Ja. Ja. Holy shit No, you're going over budget, dammit! You gotta stop! I'm the best of the rest. Fight off Weapon X, well we'll see who's next. Can't expect a miracle, betting on the devil. I'm your best friend if you keep my money level. Never without a gun, I don't want to finish it out. Survivable plans are plans I ever think about. That's right, biatch. Keep those guns clean. Yeah, clean as a whistle! In the crib. A crib? It means domicile. I don't know what that means. A crib. Yeah, a crib. Like, where we live. Who's hungry? What the fuck just happened? Who wrote this song? We can save this ship. It's clear. Okay. Dead bull, dead bull, dead bull. ... Ja, we hab's geschafft. Leute, unfassbar. Ich geh mal kurz... Ich kann doch nicht sowieso nur noch rein gehen hier. Ja, was bleibt zu sagen, abgrundtief geiler Scheiß, Deadpool, nee Batman, mein absoluter Lieblings-Superheld und ja, also das Spiel hat ungemein Spaß gemacht, lustig, brutal, alles was mir gefällt und ja, also das einzigste Kritikpunkt war eindeutig manchmal die hakelige Steuerung, das mit dem Springen, ich glaube das ist sehr auffällig gewesen bei mir und auch die Kamera, die hat doch genervt, aber ansonsten, ich sag mal 9 von 10 würde ich dem Spiel geben dadurch und ja, vielleicht kommt ja davon mal ein zweiter Teil, wäre sicherlich nicht das Schlechteste, man sieht was aus dem Charakter rauszuholen, deswegen hat er sich hier gerade wieder seine Eier schaukelt und ja, 15 Folgen haben wir damit also rumgebracht, das freut mich, Ich bin jetzt gespannt, was bei mir auf den Kanal als nächstes kommt, weiß ich gerade jetzt nämlich selber noch nicht, auf jeden Fall, das war's mit Deadpool, schaut euch den Film im Kino an oder ja, spielt das Spiel oder vielleicht inhaliert die Comics, wäre sicherlich auch eine coole Sache mal, das ein oder andere davon zu lesen und ja, mehr bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer, ja, echt geiler Shit, Deadpool, I love you Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video, ciao ciao, euer Joker